hallo ja mein kühlter mit recht herzlich willkommen auf unserem hostigkanal und zum kleinen fnaf fight game haus bei uns am 590 toy bear in der special edition ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne dies alles nicht machbar zu realisieren wäre vielen dank freunde für eure enorme hilfe i love you we starten einmal bei anox gaming new game hell wanted grand opening party to toy bear pizza we need security here yeah was verdienbar nichts auch gut wer braucht schon geld nicht rossi nicht money 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 cash in the dash und es ist mit fluffmaker gemacht herr gamer fluffmaker hehehe grüße gehen raus in die steiermark your lady 12 am in the morning at evening i don't know high noon sing sing in rusty town jo fnaf maker man sieht aha 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 das sound ist schon mal weltbewegen gibt es hier irgendwo ein gimmick irgendwo ein piek piek what 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 ich mach ich mach control Oh, das hier sind die einzelnen Camps oder was? Oh, Jesus. Was will er denn hier? Das ist jetzt die Special Edition. Hä? Oh, ja, ich glaube. Oh, jetzt schick er, da war dicke Beine, hä? Oh, er legt mich an der Dasch hier. Was macht denn er? Steuert er jetzt hier den Control? So, what? Oh, yeah. Holy moly. Mit wer seh geht nichts. Mit Space auch nicht. Mit Leertasten. Ich kann nur das hier machen. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Das ist ja auch ein Chica in Pink. Aber wie er Chica dargestellt hat, das finde ich eine Frechheit. Gerade weil ich ja Chica liebe. Ich liebe Chica. Ich liebe Chica. Was hast du mit meiner Chica gemacht? Wir haben noch 77% Power. 2 Uhr. Ich liebe Schica. Das ist hier woher ist hier schon. Das ist ja auch schon eigentlich die Qualität. Ich nicht. Also ist nicht die 1er Location. Aus welchem Detail ist denn das hier? Mit diesen Roboter und Roboter. Robotik. Warum kein E-E-E-E? Kein Quik-Quik? No? Jesus. Zumindest kam mal einer hier in die Office. Was ist das so crazy? Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel heißen soll. Natürlich weiß ich, das ist halt die Special Edition. Das ist sehr speziell. Sehr speziell. Oder nicht? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn man wenigstens ein bisschen Sound hätte oder irgendwas tun müsste. Das ist so crazy, Leute. Ja. Ist das? Ja. Oh. My. God. Schickabeller. Vielleicht tut sich auch noch was anderes? Ich weiß ja nicht. Wenn ich jetzt hier schaue, hier guckt er ja raus. Da hat er voll Pfosten. Aber durch die Tür kommt ja keiner. Was soll mir das letztendlich auch bringen hier? Das war nur ein kleiner Maskeltest. Ob doch alles so funktioniert, wie es funktionieren will. Wisst ihr? Ja. 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 Schnappatmung. Ja. 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 Love is in the air Ba 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 Holy bole Love is in the air Ba da ba da ba da ba 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 da ba ba da ba da Ba 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 da ba ba da Ba 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 da Jetzt kommt's wieder Jetzt kommt nur Chica Nur Chica Why Bring doch mal nen anderen Horst Ach man Nee das ist richtig M-m-m-m Mach dich Mach dich fein Rossi Mann Lass ihn rein Mach dich fein Ne mach dich fein lass ihn rein Schick ihn nach Hause What Also Leute ihr seht ja Alles 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 aus anderen Spielchen Nur halt vielleicht ein bisschen eingefärbt Und die Chica ein bisschen dicker gemacht Was ich sehr sehr Verurteile hier ne Aus Gruste Bisschen Farb Bisschen alles gestaltet Ne Chica in Pink Den Freddy bisschen rot gemacht Ist halt ein typisches Fluffmaker Game Das ist aber cool ne Der Freddy hier Er sitzt am Laptop Und überwacht hier Bloß was Das ist hier die große Question Hallo Ich hasse es So Ist ja Ich könnte kein Bad tragen Mich juckt es Ich wollte gleich Gestern schon machen Hab es aber vergessen Mich juckt es immer gleich Das ist Wahnsinn Das Ding muss ab Ich könnte nicht Wenn ich voll Bad tragen müsste Einsame Insel ohne Rasierer Geht nichts ja Aber nur nass Köppchen Mit dem Maschinen Fresse nass Ne Ich 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 werfe Leute Ich würd mir Die Haut abziehen Ich finde sowas Ekelhaftes ja Scheissbar Ja Meine Herren Ja Leute Komm mach Mach 6 Uhr Und dann gehen wir alle nach Hause Schlicht im Schacht Wir warten aufs Christkind Oh Leute Das ist so ermüdend Wetter Ein Spiel Das mir Den Angstschweiß Hier Ins Genick zaubert Oder so ähnlich Hallo Again Nanananananananan Dan Dancing Queen Hrrn Hrrrrr Horst 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 der seld Wurde nicht Jo strike Gefragt Er wurde einfach Woge Verbracht No present, please. No photo. Strike. Jo, geh fort. No. Ihr könnt ja das selber euch runterladen, das Five Nights at Toy Bear in das Special. Betonung liegt auf Special Edition. Und selber spielen. Ich mag jetzt nicht mehr. Selbst wenn ich auch nichts mehr habe, das Spielchen soll ich mehr. Das ist sowas von Mau und Lau und Tiki Bang Bang. Und Leute, das sieht ja mal kacke aus. Er hier hat voll das Ohrchen vom Freddy hier vor dem Gesicht. Das sieht ja aus, als ob das seine Nase wäre. Wie sieht denn das für eine Scheiße aus hier? Ja, Freunde. Ende. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewerdet doch das Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abbrauch habt, einfach nur auf die Batsch-Berde drücken. Press den Hit-Button to subscribe. Ansonsten ließ das Leben. Habt Spaß. Bleibt es bitte gesund und wunder und übertreibt es nicht. Okidoki. Wir sagen natürlich Tschöne mit dir und für die Liegerhaut. Euer Sam Teddy, Dominion, der Restaurantgepartner Ute Rosti, der alter Labenzack. Thank you and goodbye Mr. Special Edition. Bye bye.